Willkommen zurück zur Stoic Challenge. Ich bin Kai. Wir kämpfen in Dark Souls gegen die Dunkelheit und gegen die Philosophie und gegen Monster. Nebenbei auch, aber hauptsächlich gegen die beiden Dinge. Huch. Okay. Finde ich nicht so gut. Shit. Na, das geht ja gut los. Jetzt sind wir direkt von einem Spieler angegriffen und totgeschlagen worden. Ungefragt. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt den Embar kostet. In gewisser Weise wäre das gut, weil sonst kommt ja wahrscheinlich direkt der Nächste. Offensichtlich ist das da eine PvP-Location. Ja, der Embar ist weg. Trilliflid. Na gut. Okay. Äh, wir müssen hier noch eine Sache erledigen. Die ich mir mittlerweile durch Schummelne erarbeitet habe. In der Richtung, ich hoffe, ich übersehe jetzt keine, weil... Kann man ja sonst immer heimtückisch überrannt werden. Und wir gehen auf 100.000 Seelen zu. Muss ja nicht. Okay. Nämlich genau hier drinnen, wo der Winged Knight... Da habe ich befürchtet, der Spawned auch. Der ist noch da. Der fehlt ja gleich runter. Und der runter fällt Stange raus. So, und das ist jetzt richtig verstanden. Und das habe ich hier irgendwo... Irgendwo... Aha. Wir haben einen Durchgang übersehen. Ich sage, was hast du übersehen? Äh, auf die Idee muss man alles mal kommen. Ein Schild und das bringt Neitzet. Und jetzt kommen wir hier aufs Dach raus. Ah, so kommt man auch auf die Idee. Ich verstehe. Wenn man das von hier unten sieht und dann denkt... Oh, vielleicht kann man da hin. Kurz orientieren, ob wir hier irgendwas wiedererkennen. Das, da sieht aus, als wäre das vielleicht betretbar. Einmal überlegen. Wir sind hier unten reingekommen. Das könnte sein, dass das... Ja, wir haben ja auch immer... Ich will nicht spekulieren. Das ist alles müßig ein bisschen. Wo sind wir hier? Hier ist das vielleicht die Kirche, in der der Kampf mit der Tänzerin stattgefunden hat. Ich weiß es alles nicht. Bisschen zu klein dafür. So, jetzt machen wir den Winged Knight. Okay. 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 Und jetzt machen wir's. auch nicht mehr so schlimm wie er mal war gedroppt ein teil seiner chart überlegen wir sind hier reingekommen das muss eigentlich schon das ist der raum ja gut wer das auch geklärt so dann sind wir jetzt bereit noch mal kurz die dunkle sonne hier zu genießen und die fliegenden nervensysteme gedroppt und dann wären wir jetzt so weit uns die sache hier drin mal genauer anzusehen wir müssen ja noch irgendwie darauf und es muss auch noch ein boss geben in der maria hier so und da ist schon so ein klärer kann man vielleicht mal als erstes platt wenn das regeht vielleicht nicht die richtige strategie ja komm du mal hier raus das ist mir recht sag mal geht es denn das ist natürlich super gebufft hat irgendwie seine waffe gerade gebufft gehabt und von seinem kleriker freund auch mal diesen half buff drauf schütt jetzt wird wieder ein bisschen nervig also der kleriker ist nicht so einfach da müssen wir als erstes ausschalten aber das sehe ich nicht wie das gehen wir können natürlich versuchen mit einem bogenschuss daraus zu locken aber die gefahr besteht natürlich dass sobald der aggro wird er erstmal alle buft um sich herum als alles allererstes mal die 100.000 sehen wiederbekommen und wenn das jetzt nicht viel flüssiger läuft als der erste anlauf dann muss ich dir vielleicht auch erstmal eintauschen das wäre ja nur schon sehr ärgerlich also hier draußen ist ja kein problem steht ja keine gefahr ich habe den bogen weg gemacht weil ich eh schon so sehr sehr schwer bin durch dieses absurde schwert klick 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 klack sehr witzig sehr sehr witzig spielen drüber ach ne wat pfeile alle das waren wahrscheinlich jetzt auch die guten pfeile dann geteuren meine güte hat ja einen wumms am blad wat nicht drauf geachtet dachte ich hätte noch herr auf schade da war ja auch fast tot ja gut also wie gesagt solange die seelen da draußen liegen ist die gefahr 0 aber so ganz wohl ist mir bei der sache nicht vielleicht sollte man sie doch mal beiseite schaffen das hätte den vorteil dass ich dann auch neue pfeile kaufen kann beziehungsweise aus dem lager holen muss ja auch immer noch nicht was wie das eigentlich geht weil die verdacht liegt ja schon mal dass der grund warum der so reinhaut vielleicht auch ist dass er gebufft ist und wenn ich für verhindern kann dass er gebufft wird gibt es doch nicht was soll denn das das glaube ich nicht diese fliegende pfeile dann durch den einfach durch was ist das denn schon wieder für ein design weiter kannst du nicht sie mal an kommen kann er doch möchte er möchte nicht er kann aber er möchte nicht ne 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 du sack scheiße ok der muss weg sonst wird das nix nein shit ich weiß gar nicht der hinten muss eigentlich weg aber ich weiß nicht wie ich da durchkommen soll so vielleicht ok jetzt könnte ich natürlich nur warten bis dein buff aufhört schuss schuss noch so einer alrighty jetzt noch ein ritter angebufft und gebufft natur in natura müssen wir angreifen vielleicht okay es ist ein bisschen ärgerlich dass diese animation von bestimmten timing offenbar abgebrochen werden kann aber ist ja jetzt alles gut gegangen so dann werden wir erstmal durch hoffentlich ein ember ein ember gräber beziehungsweise sarkophag deckel so hier rechts waren wir ja schon da oben ein ember ein ember ein ember ein ember ein ember damit wir das nicht nochmal machen müssen alles so da ist ein ein ember dann hoffe ich aber wirklich dass hier ein bonfire ist weil das wäre ein etwas unangenehm weiter anreise okay da ist ein short cut nach unten ich ahne auch wohin so hier sind wir über dem drachen und hier geht es durch da wird das zusammenhängig oh da ist wieder eins von diesen dingern ich habe noch nicht verstanden wofür ich diese blauen focus points heißen die glaube ich immer ausgebe wir sind jetzt schon wieder leer ok machen wir erstmal hier diesen short cut auf dann müssen wir hier noch eigentlich ne erst short cut aufmachen mir fällt gerade noch an ich hatte auch gesehen dass irgendwo noch zwei ja genau da wo der outrider night war stehen wohl noch zwei kisten die ich übersehen habe so das wird wenn ich mich nicht sehr täusche jetzt in dem raum an dem ich so lange festgehangen habe ganz am anfang von lothric castle rauskommen mit dem ritter mit den roten augen mit dem roten augen ja genau so ist es auch ok damit müsste jetzt der aufzug rufbar sein bzw wir können ihn auch gleich wieder runter schicken ja ja das ist wahrscheinlich egal wir müssen ja eh bevor wir zum boss gehen einmal in feilen schreien die seelen ausgeben dann ist wahrscheinlich runter schicken die beste idee so ok dann gucken wir mal was wir ja rechts noch haben ein bisschen vorsicht waren was ja nie was hier noch auf uns wartet auch wenn da schon der boss vorgewar aufger da 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 Noch ein Aufzug. Ein deaktivierter Aufzug. So, das ist der Bereich hinter dem Fogwall für den Boss auf der Brücke, werden wir wahrscheinlich gleich den Bossfight haben und da oben ist noch eine höhere Brücke, die auch so aussieht als kann man da vielleicht irgendwann drüber zurück, hat auf jeden Fall ein Geländer, das ist immer verdächtig. Da haben wir einen Blick auf die Sümpfe wahrscheinlich, Ferry Keep, wer weiß, vielleicht auch den Garten, im Garten gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen zu holen, beziehungsweise, ah, irgendwo kann man ja auch runterfallen, da unten, ist das vielleicht hier, das mit Aufsicht, da kann man hin, vielleicht nachdem man den Boss erledigt hat den nächsten, gut, wie gesagt, das wäre jetzt nicht so schlau, das jetzt mit den ganzen Seelen im Gepäck zu machen, ich muss mir gleich überlegen, wie wird es am schnellsten zu einem Bonfire kommen. So, dann können wir natürlich versuchen. So, dann können wir natürlich versuchen. Was denn? Ich hab, du hast doch, hä? Ich verstehe diese Bogenmechanik nicht. Du hast doch Pfeile. Und dann habe ich vorhin auch gesehen, bevor ich die Aufnahme überhaupt angemacht hab, hab ich mir mal die ganzen Ringe, die ich so im Inventory hab, angeguckt. Dann ist das einer dabei, mit dem man den Sturz abfangen kann. Aber vermutlich, wenn wir den gleich besiegt haben, wollen wir da ja wahrscheinlich hin. und die Items rollen. Okay. Ja, bisschen tief. Das gucken wir doch mal, ob wir das mit dem Ring vielleicht schaffen, ohne zu sterben. der ist doch gerade nicht nötig. Jetzt muss ich ihn nur finden. Ähm. Äh. Ich glaub, der war relativ weit unten. Der? Ne. Da. Prevents Damage from Falling. Heißt das jetzt, dass die Höhe erhöht ist? Oder heißt das, wir können, egal wie tief, fallen und überleben das? Na, wir werden sehen. Im schlimmsten Fall. Geh ich drauf. Oh. Das ist aber nicht der schlimmste, sondern das ist der beste Fall. Okay, was tun wir hier noch? Vielleicht erst die Items draußen ansammeln. Okay, nicht so spannend. Was haben wir hier? Na gut. Das ist der Eingangsbereich. Hier Kisten mit nix drin. Mehr Kisten mit nix drin. Gut. Dann gucken wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Vermutlich kommen wir jetzt ja zu der hölzernen Tür oben raus gleich. Da gibt's ja eine Leiter. Oder wir müssen da runter springen. Das kann natürlich auch sehr. Sieht nicht so aus, als ging's da höher. Aha. Neues Zauberbuch. In Blindenschrift. Damit man diese absurde Spielmechanik auch ja nicht vergisst. Na gut. Dann können wir jetzt noch der Vollständigkeit halber... Habe ich den Ring noch dran? Ja, ich glaube. Hier unten. Habe ich dran gedacht, dass wir ja wahrscheinlich Gegner sind. Und so hier war der Outrider Night. Und hier soll es noch mal zwei Truhen geben. Sagt das Internet. Na, da ist schon mal eine. In welche Richtung zeigt die Kette. Und da ist die andere. Auch kein Mimic. Gut. So, wo ist dieser... Kann man den vielleicht durch die Mauer treffen, wenn der uns durch die Mauer hören kann? Ne. Ganz so bescheuert ist die Spielmechanik nicht. Sehr schönes kleines Katzen-Icon da für den Sturzring, den wir jetzt auch wieder weg machen können. Ähm... Ich hatte den... Der ist, glaube ich, auch ganz gut. Der hier. Ja. Okay. Dann... 131.000 Seelen. Tauschen wir die ein. Und dann machen wir einen Versuch, diesen Gegner da oben zu besiegen. Und kommen mit großen Schritten voran. Ja, ich habe jetzt ein bisschen aufgehört über Philosophie und Meditation und Stoizismus und in dergleichen zu reden. Erstens, weil es eh keiner guckt und das Ganze sowieso viel zu lang ist. Und zweitens, weil mir die Themen ein bisschen ausgegangen sind. Ich werde jetzt einfach das Spiel noch zu Ende machen. Dabei mich selber beobachten. Versuchen die... Das Erlernte zu verfestigen. Und... Hoffen, dass das jetzt nicht mehr so furchtbar lang dauert. So, wie viel Level dürfen wir denn? Und was wollen wir machen? Strength, Vigor ist natürlich einmal eine gute Idee. Einmal Strength, einmal Vigor und einmal Endurance vielleicht? Okay. Und dann machen wir einen Versuch, den Boss zu erledigen. Da brauchen wir jetzt als Start... Ich hoffe mal sehr, ich werde jetzt den immer noch nicht drauf tun, bis wir beim Aufzug angekommen sind, dass wir es schaffen, in diesen Aufzug zu kommen, ohne die beiden da bekämpfen zu müssen. Weil das wäre jetzt, wenn wir für jeden Anlauf diesen blöden Ritter da besiegen müssen, das wäre sehr, sehr lästig. Wir werden es gleich sehen. Und dann müssen wir mal sehen, wen wir da als Hilfe mitnehmen können. Ob wir jemanden als Hilfe mitnehmen können. Ich habe mittlerweile auch im Internet gesehen, die Tatsache, dass ich beim Consumed King den Deserteur Hawkwood dabei hatte, lag daran, dass ich in Firelink Shrine seinen Dialog ausgeschöpft habe. Also quasi, er hat ja keine Questline, aber seine Funktion im Spiel erschöpft habe, dann steht er da zur Verfügung. Und ich glaube, es ist ja ganz oft in diesem Spiel so, dass bestimmte Dinge, bestimmte Bedingungen haben, die man nicht so ohne weiteres vorhersehen kann. Mal gucken, ob wir überhaupt Hilfe kriegen gleich beim nächsten Gegner. Das geht sehr gut. Not a problem. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was da auf uns wartet. Ich kann den Ember schon mal drauf tun. Dann müssen wir noch im Garten des Consumed King aufräumen. Und irgendwann in der Profaned Capital. Nein! Jetzt dachte ich kurz, ich müsste wieder runterfahren. Also das ist ja so eine Strategie, die erfahrene Spieler machen, dass sie den Aufzug schon mal dahin schicken. Wo, wenn wir gleich sterben, dann wieder gebraucht wird. Aber man sollte das dann auch sorgfältig und kontrolliert machen. Tja. Ich sehe jetzt erstmal kein Summon-Sign. Be wary of lightning. By the way, could this be a lightning? By the way, could this be a lightning? Ya, der Ember war für die Katz. Also nicht ganz, weil... Gibt ja ein bisschen mehr Health, aber vielleicht haben wir tatsächlich irgendeine Bedingung nicht erfüllt. Oder diese Zeichen sind manchmal auch ein bisschen versteckt, aber so ganz weit weg vom Foggate könnten sie ja nicht sein. Das macht ja keinen Sinn. Nee, dann sieht das wohl so aus, dass wir hier gegen was auch immer da lauert alleine. ...vorgehen müssen. Hier auch noch nicht. Hier war hier noch. Gut. Hier hinten. Man trollt mich schon wieder. Das ist der Nachteil, wenn man online spielt. Man wird in Invasionen verpasst. Okay, das sind lauter Trollnachrichten. Ja, kein Summon Sign. Gehen wir da draußen auf den Balkon gucken, aber es sieht nicht gut aus. Ne. Okay. Dann stelle ich mich schon mal drauf ein, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich sterbe. Und ich glaube, so lange wie die Folge, wir gucken, wie lange die jetzt schon ist. Halbe Stunde. Nach dem einen Versuch beenden wir das dann auch so oder so. Wenn er klappt, ist schön. Wenn nicht, ist auch schön. Vielleicht kann ich auch nochmal googeln. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Bedingungen, die man erfüllen muss, um hier Hilfe zu kriegen. Okay. Gehen wir mal gucken, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Ah. Okay, ich dachte, ich müsste diese fliegenden Dinger da bekämpfen, aber offenbar ist er hier das Problem. Dragonslayer Armor. Ist das eine leere Rüstung? Ich möchte darauf hinweisen, dass ich bislang noch keinen einzigen Treffer angebracht habe. Treffer! Yippie! Hm. Tja. Aber diese Kombos sind mal wieder... nicht so schön. Hm. Oh. Don't. Ich hab dir doch nichts getan. Ups. Also. Tja. Also. Hm. Wie üblich. Hm. machen wir die erste lektion hier ist das ist ein gegner der sehr viel mit blitz um sich wirft so wäre ein schild das blitz komplett blockt nicht verkehrt habe ich den 1 87 das ist das höchste also 87 und 100 für sie kommen das nehmen wir doch mal das ist natürlich jetzt das grass christ ist jetzt weg das heißt die ja aber das ist 80 gegen 33 87 sogar gegen 33 das ist eigentlich keine frage ein bisschen doof ist natürlich dass ich gerade mehr auf hatte als jetzt wegen dem member wegen des embosses ich weiß jetzt nicht ob ich das wieder machen sollte weil der ist ja schon ein formidabler gegner ist kein wunder dass ich das vorhin nicht getroffen hat man sieht schon wieder fast gar nichts hier drin stehe ich auf der falschen seite vom knopf gut und die frame rate knickt schon wieder ins boden los jetzt hat sie sich erholt aber oder nicht wie viel habe ich denn noch 16 noch kommt nehmen wir doch noch einen zu uns direkt an deutlich besseren anstieg dieses schild attacke ist nicht so schön das ist Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja das sind wie schon ein paar mal gesagt die gegner sind das kleinste im spiel die kamera die schwerkraft die framerate das sind alles eigentlich die größeren probleme das war jetzt leider auch wieder der ember auf jeden fall diese seelen wiederholen das kommt gar nicht in die tüte dass ich jetzt von 70.000 seelen da liegen wasser ich könnte natürlich auch einen haufen feuerbomben kaufen und die einfach wegbomben gott können wir uns noch zwei feuerbomben kurs ein stupit so jetzt die zusätzliche frage könnte jetzt natürlich korrekt aussteigen so wie es eigentlich vorhatte aber die seelen liegen ja im keller da fahren wir jetzt auch hin nicht ohne meine seelen also das ist eine strategische herausforderung weil man einerseits ja nicht hier sich zurückziehen kann offensichtlich und erzählen diese dinger das feld über die ohren und sich da draußen anfangen zu kämpfen dann lockt die alle drei anderen bin ich auch schneller tot als ich habe sagen kann hier drüben sind treppen ich weiß gar nicht ob ich die schon kenne wenn ich mag der nicht gewinnt ach sieh an da hat man das auch schon geklärt hier geht es zu osiris das item habe ich gerade schon geholt dann sind da also noch die items in der mitte ist es tatsächlich überschaubar wir müssen nur die paar items da in der mitte noch kriegen da drüben ist nur eins ach komm hör doch mal auf jetzt ist der da oh nein ok wenigstens geht der wieder das hat jetzt was gebracht wahrscheinlich nicht ach so ich bin ein idiot ich versuche die ganze zeit mal einen special move zu machen aber dann durfte ich überhaupt nur machen mit schild in der hand weil ich das shield of want equipped hatte dass einem nämlich genau das erlaubt ja sonst gibt es diesen move ja nur zwei ja nicht es lässt er mich aber ähnlich machen das kann doch lass uns wahr sein ich weiß nicht wie man eine strategie entwickeln soll gegen diesen chance wenn man nichts sieht und nicht verstehe was vorgeht hälfte der estus flaschen verbraucht dafür aber immerhin ist jetzt mal ein bisschen ruhe da muss man das hier holen kommt nicht 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 das ist gar kein kurses toxicity aber trotzdem brauche ich jetzt nicht da unten sind noch drei items da drüben sind noch zwei items mühsam alles vorher auch noch mit diesen schnecken die uns wahrscheinlich gleich am gehen hindern das war knapp vielleicht mal abwarten bis das gift abklingt das ist glaube ich der andere aufzug aber das geht so langsam weg wahnsinn habe ich denn irgendwas was gegen gift hilft äh poison 30 das ist doch zum beispiel gar nicht schlecht das ist auch sehr kleinsam aber damit mühsames geschäft aber es geht vielleicht die hosen dazu auch noch anziehen weiß ich dir haben sieht auch besser aus ok pfff 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 mal hin sind die unkompliziert habe ich dann keine items mit denen man ein gift weg bekommt das ist doch das richtige purple moss clump so jetzt ist weg aber für die nächste runde können wir uns das ein bisschen sparen leider set so ich glaube das ist aber gar kein poison das ist toxic fällt mir gerade noch rechtzeitig ein naja davon habe ich aber nur zwei und das bedeutet wahrscheinlich auch dass die klamotten so kleidsam die sind obwohl es gibt nur eine poison ist dann wahrscheinlich für beides hoffe ich mal ok war es das jetzt habe ich zwei items glaube ich von da drunter noch dann müssten da unten jetzt alle weg sein hier ist auch leer vielleicht ist es damit vollbracht ich sehe jetzt jedenfalls nichts mehr doch da ist noch stimmt da sind vielleicht sogar noch zwei jetzt kommt der typ wieder der böse ab durch die mitte einmal hier oh do not like the sound of that particularly oh 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 so ich habe mich vergiftet aber ich glaube wir haben es geschafft dann das war knapp das war knapp okay toxic ist unerfreulich das macht ganz schön viel health ganz schön schnell weg und hält sich ganz schön lang das problem hatte ich schon mal bemerkt ja also poison ist glaube ich vergleichsweise harmlos aber toxic ist wirklich ein status effect der man nicht haben will aber das macht jetzt nichts weil das bonfire ist in reichweite das bonfire ist in reichweite ja ja damit sind wir am ende angekommen der garten des consume king ist ausgeräumt die dragon slayer armor ein etwas abstruser boss aber der ist besiegt bzw die rüstung ist besiegt die lehre die dunkle seite von firelink schreien ist erledigt jetzt ist der game clip auch ausgelaufen perfekt bis zum nächsten mal tschüss so